So, noch ein Schnadelschluck von meinem Espresso. Und mit dem sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Zu diesem Solo-Podcast am, was haben wir, 24. Mai. Freitag, es ist Nachmittag, also ich nehme den quasi, fast live, nehme ich den jetzt auf. Also gerade nachdem ich aufgenommen habe, werde ich online sein. Und ich habe jetzt hier so im Hintergrund, habe ich gerade die Strasse von Monaco auf dem Bildschirm und irgendwelche schnellen Autos, die auf denen fahren. Ich finde es wirklich eines der geilsten Weekends im Rennsport. Obwohl die Leute immer sagen, die Rennen sind so langweilig und was weiss ich. Aber auch wenn sich jetzt jemand überhaupt nicht für Rennsport interessiert, kann ich nur sagen, schaltet einfach mal am Samstag, schaltet einfach mal ganz kurz ins Qualifying. Einfach mal schnell vorm Lines Qualifying in Monaco. Und wenn dann so eine Onboard-Kamera kommt, wo man sieht, wie ein Auto, wo mittlerweile viel zu gross ist, auf viel zu engen Strassen, mit nur Barrieren. Also da hat es eigentlich fast nie einen irgendeinen Ort, wo man könnte das Auto ausrollen lassen, falls man einen Fehler macht. Ich glaube drei, drei so Exit-Gassen hat es oder vier. Das ist einfach nur noch, einerseits insane und andererseits einfach faszinierend zu schauen. Also da muss ich gar nicht irgendeinen Michael Bay-Movie oder was es alles gibt. Ich brauche das nicht, sondern einfach das achten. Einfach eine Kamera auf einem schnellen Auto auf so einer Strasse. Das habe ich schon als Kind. Ich habe immer diesen Tunnel bei Monaco. Ich habe das immer so faszinierend gefunden, wenn dort irgendwie die noch damals Formel 1 Auto anfangen, dort so durchzuschauen. Aber das möchte ich euch jetzt nicht viel zu lange erzählen. Das ist ja wahrscheinlich auch für 90% langweilig. Und es soll auch kein Formel 1 Podcast sein. Sondern es ist ja eine Solo-Folge. Gästeplanung ist bei uns wie immer top. Sodass wir das mal niemals gehabt haben. Und ich wieder mal mein eigener Gast darf sein. Es freut mich sehr, ohne dass ich jetzt schizophren werde. Aber es gibt natürlich trotzdem zwei, drei Sachen zu erzählen. Und zwar zuallererst, weil der Podcast ja jetzt ein bisschen ein neues Format hat, wenn ein Gast oder eine Gästin im Studio sitzt und mir fünf Feelgood erzählt, fünfmal Feelgood, habe ich gedacht, könnte ich das ja auch machen, wenn ich einen Solo-Podcast aufnehme. Mich würde ich wahrscheinlich nie irgendwann fragen, was meine fünf sind. Ich nenne auch nicht fünf, sondern ich habe gedacht, immer wenn ich mal eine Solo-Folge mache, sage ich etwas, wo einfach in dem Moment für mich gerade eine grosse Stelle wert hat in diesem Bereich. Und das heisst nicht, dass es diese Woche nicht noch einen Podcast gibt von mir. Am Sonntag kommt nämlich vom sehr geschätzten Freund Pasquale Stramandino kommt die Folge raus, wo ich nie habe Gast sein dürfen. Der Podcast heisst No Drama by Strama. Und kann ich allen sehr empfehlen. Ich glaube, vier Folgen sind schon draussen. Unter anderem mit dem alten, guten Kollegen Barschi. Und jetzt am Sonntag kommt die Folge mit mir. Und das heisst, für die, die nicht genug kriegen, oh, 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 das ist fast ein, nein, nein. Und zwar im Tunnel, in dem bremten Tunnel, wo ich gerade gesagt habe. Jesus, fahrt der einzig, aber im Schritttempo rechts. Und der andere zieht links vorbei. Achtung, jetzt kommt er an Bord. Achtung, da hat er Reflex. Das hat er gerade noch nach links gezogen. Und so sind nicht zwei Autos ineinander gekracht. Jesus. Also, ja. Wer will hören, kann hören. Am Sonntag, folge vom Pasquale Stramandino und mir zu Gast. Ich habe sie logischerweise noch nicht gehört oder gesehen. Aber ich kann mich erinnern, dass es ein sehr schönes Gespräch war. ist. Darum, was dort das Gefühl war, das hoffe ich vermittelt sich dann auch. Und was ich auch noch schnell möchte loswerden, bevor ich zu meinem Feelgood komme, ist, für alle Menschen, die jetzt das hören oder hören, gerade überlegt, wir machen ja keine Videoaufnahme. Darum, für alle, die das jetzt hören oder hören, möchte ich mal etwas sagen, was auch für mich sehr wichtig ist. Und zwar möchte ich mich mal wirklich von Herzen bedanken, dass ihr das macht. Weil wir machen jetzt den Podcast seit bald fünf Jahren und das ist zu 90% Spass, es ist zu 10% aber auch anstrengend, weil jetzt überhaupt nicht zum irgendwie, keine Ahnung, reklamieren oder irgendwie so, das meine ich überhaupt nicht so, sondern ich will einfach die Wohren sagen. Weil eben, Gästeplanung ist so ein konstanter Prozess und viele Leute fragen mich immer, was hast du von diesem Podcast? Und mit was meinen sie hauptsächlich Geld? Und da kann man jetzt auch mal ehrlich sein, nicht viel. Also eigentlich nichts, ausser wir haben mal Sponsor, aber das ist vielleicht all 20. Folge oder so. Wahrscheinlich nicht einmal das. Wenn wir jetzt zusammenrechnen, wir haben vielleicht 10% wahrscheinlich nicht einmal. 10% von allen Folgen haben wir irgendwie Sponsor gehabt. Und das ist ja dann auch nicht die Welt. Das heisst, eigentlich alle Beteiligten und da rede ich jetzt hauptsächlich vom Sollti und vom Luca, der zum Teil ein bisschen hilft bei der Gästenplanung und natürlich ich und alle Gäste. Wir alle haben keinen Nutzen von dem in irgendeinem wirtschaftlichen Sinn, sondern alle machen das, weil sie Spass daran haben. Und eben wie gesagt, wir haben meistens Spass daran, 90% hätte ich gesagt, und die anderen 10% ist dann manchmal so ein bisschen okay. Das noch kommt noch dazu, dieser Podcast wird ja an einem fixen Ort aufgenommen, ausser ich bin jetzt da irgendwie zu Hause. Und zumal die Frage zu beantworten, wir haben wirklich nicht viel davon. Das heisst, was wir davon haben, nicht im Materiellen Sinn, sind effektiv Menschen, die das hören oder schauen. Und das sind ihr und vor allem die Menschen, die noch eine Solo-Folge hören, das sehe ich ja in den Statistiken, das sind nicht ganz so viele, aber schon viele, aber vielleicht vier Fünftel von denen, was sonst. möchte ich einfach mal ein grosses Dankeschön aussprechen und ich hoffe, dass die Situation, was hat man davon, dass man lange noch Freude hat, dass man es weitermachen und dass vielleicht irgendwann man auch mal etwas davon hat. Also das heisst im konkreten Berichter, irgendwann wieder mal Menschen, die wollen Werbung schalten, Sponsorings machen und das ist für uns auch noch mal ein bisschen schwieriger als für andere, weil wir sind ein von den wenigen Independent-Podcasts. Oft ist ein Medienhaus dahinter, wo in irgendeiner Art und Weise das halt eben auch ein Stück weit finanziert. Natürlich gibt es auch Kantone, staatlich, Bund, etc. Es gibt ganz viele verschiedene Versionen von Podcasts. Wir sind wirklich einfach ein paar, ich sage jetzt mal, Privatleute, die sagen, wir machen das. Und darum, vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr das hört, dass ihr euch das gerne habt. Ich hoffe, ihr habt Freude ab einem neuen Format. Ihr könnt auch gerne mal Feedback zu dem geben, wenn ihr wollt, auf podcast.joel von nutzenbecher.ch Und wenn ihr wollt, dass der Podcast so gut läuft, wie er nur kann, dann helfen mit und gebt, wenn wir das jetzt gerade hören, geben dort noch eine Bewertung ab, teilt das Zeug teilen, vielleicht jetzt nicht die Solo-Folge, aber irgendeine Folge, die euch gefallen hat, schickt ihr mal rum. dann kommen wir durch das natürlich, weil eben so Traffic generiert wird, kommen wir auch auf irgendwelche Top-Listen von Spotify und Apple Charts und so weiter und so fort. Ich will überhaupt nicht betteln, sondern eigentlich habe ich angefangen, damit ich mich bei euch bedanke, dass ihr das macht, dass ihr den Podcast konsumiert. So, also, viel gelabert, soll ich noch ein bisschen mehr Werbung machen? Ach, ich bin auf Tour, ja, neue Daten sind, so, paar werden noch dazugekommen, aber sind so plus minus die letzten vom Programm Zero. Uh, jetzt ruft es. Das ist meine Lieferung. Ha, 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 dann machen wir doch schnell auf. Ein Moment. Ja, hallo? Ich weiß nicht, ob der noch Unterschrift brucht, oder so. Ja? Ja, wo ist die Unterschrift? Ich komme. Kurz die Pause. So, wir sind zurück, ich bin jetzt aus dem Roten, ich habe schnell ganz viel, ganz viel Kiste mit Wien habe ich schnell hochgetransportiert in meine Wohnung, weil irgendein Anbieter hätte unglaubliche Aktionen gehabt, also wirklich, unschlagbar. Huch, und ich sage jetzt lieber nicht, wie viele Kisten, weil sonst würde die mich auslachen, dass man so außerordentlich ist. Ab einer. So, wie gesagt, ich bin auf Tour, die letzten Termine, vielleicht kommen wir noch zwei, drei dazu, aber das ist dann plus minus. Kauft Tickets, ja. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, oder wenn ihr es schon gesehen habt, verschenkt Tickets gibt es online auf joel.mussenberger.ch Link ist auch in der Show Notes. So, jetzt habe ich aber wirklich genug Pause gemacht, jetzt komme ich zu meinem persönlichen Feelgut. Für das laufe ich jetzt da schnell ein bisschen und zwar ins andere Zimmer. Ich habe nämlich etwas gewählt, was bis jetzt noch niemand von den Gästen gesagt hat, was mich sehr erstaunt hat, weil für mich ist es etwas vom Essentiellsten im Leben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und zwar Feelgut bei mir ist Musik. Jetzt ist Feelgut vielleicht nicht nur der Begriff für, manchmal ist es auch viel sad, viel emotional, wie man das immer nennen will. Aber ich finde Musik etwas vom Allerwichtigsten in meinem Leben. Es widerspiegelt, wie es mir geht. Das heisst aber nicht, dass ich wenn ich traurig bin noch traurige Musik lasse, sondern aufgrund von Musik merke ich, wie es mir geht. Und ich habe mal einen schönen Satz gehört auf Englisch, es ist Liquid Emotion. Musik. Und ich verstand das irgendwie, weil es ist wahrscheinlich die einzige Kunstform, wo Emotionen klar festgehalten werden und wiedergegeben werden. Und ich habe schon mal erzählt, dass ich mir wieder einen coolen Plattenspieler zu habe. Und durch das habe ich Musik nochmal anders entdeckt. Ich habe früher schon mit Platten Musik gelöst. und logisch weiss, wir haben schon oft auch im Podcast darüber geredet, früher hat man noch eine CD gekauft, hat das Buckle da geschaut und so weiter und so fort. Aber ich tue jetzt wirklich, wirklich oft, gestern einen intensiven Arbeitstag gemacht und habe sechs oder sieben Platten gelassen. Und es ist einfach etwas anderes, wenn man ein Album von A bis Z durchlöst. Ich bin immer noch aus dem Atem. Jesus fuck. Ich muss etwas an meiner Kondition machen. Aber es ist wirklich etwas anderes, weil man hört sich mehr ein. Ich bin sonst ein Shuffle-Typ und das ist auch geil und irgendwie hast gerade ein Lied, das du unbedingt hörst, dann hörst es ein paar Mal. Aber eine Platte von A bis Z durchlaufen und sich wirklich darauf achten, welches Lied kommt zuerst und wieso. Also sich überlegen wieso und durch das auch mal ein Lied losen, wo man so denkt, das würde ich sonst jetzt überspringen. Das macht so viel aus, sich wirklich auf das und ich bin bei dem Musikstil sehr ab, ja, was will man sagen, sagen ja alle immer, ich los alles mögliche und so. Aber bei mir ist dann wirklich so Jazz und nachher Indie Pop oder keine Ahnung was. Und das ist beschafflich, das dann natürlich zum Teil sehr anstrengend, weil man dann immer so mega springt, dann kommt irgendeine Martin Garrix Gedudel und danach kommt irgendein Heavy Metal Song und danach kommt eben ein Jazz Lied vor 15 Minuten das heisst es ist dann so ja es ist mega schwierig sich dann konstant wieder auf etwas Neues einzulassen und mit einer Platte geht das viel besser natürlich und ich möchte euch jetzt eine Platte empfehlen sozusagen und zwar die habe ich jetzt da gerade vor mir ich nehme sie jetzt extra in die hat sich so ein bisschen zu einer meiner Lieblings Platten gemausert so ganz entspannt immer wieder mal aufgelegt und mit jedem Mal Hose ist sie einfach noch ein bisschen geiler geworden und ich bin glaube noch nicht am Ende ich glaube sie wird immer noch geiler und zwar ist das von einer Band die heisst Local Natives habe ich immer schon eine easy Band gefunden und dann habe ich irgendwann mal noch mit meinem alten Platten bestellt weil zwei Lieder oder so haben mir gefallen Violet Street heißt die ist aus 2019 und 10 Songs und was ich gemerkt habe als ich immer wieder mal aufgelegt habe ist so wie das alles viel mehr zusammen hängt und es wirklich so für mich sind die insgesamt 40 minuten und 47 sekunden die sind so zu einem erlebnis worden das klingt jetzt mega komisch aber Indie Pop Rock hat ich jetzt gesagt ich bin sehr schwierig im Musikstil beschrieben ich weiss auch nicht wie sie sich selber nennen und es ist so ja das Cover ist so okay fünf Dudes wo alle irgendwie verträumt irgendwo nachschauen in einem Gebüsch das ist so ein bisschen yeah es gibt hier glaube nicht so ganz das Gefühl wie wenn ich dann eben die Platte los die Platte einfach mittlerweile von 1 bis 10 jedes Lied macht macht etwas mit mir nehmt mich mit auf eine Reise und mein Appell an euch auch wenn ihr keine platten spieler habt probiert mal wenn es euch nur ansatzweise gefällt probiert mal das Album Local Natives Violet Street probiert das mal ganz durchzuhören und schaut mal was das mit euch macht und es überhaupt nicht so esoterisch mäßig sondern wirklich einfach Musik wieder mal bewusst los und nicht nur ein Lied oder zwei oder irgendwie so sondern einfach so wie es gedacht worden ist von denen wo sie das in Los Angeles aufgenommen haben ja einfach mal schauen was das mit euch macht vielleicht ist nicht eure Musik danach empfehle ich es euch mit etwas um wo eure Musik ist irgendeine Band oder geil findet irgendein Artist einfach mal das ganze Album losen einfach wirklich jedes Lied von A bis Z und zwar nicht in Shuffle sondern einfach in der Reihe Folge was ist das war mein Feelgood von dieser Woche ja Violet Street von Local Natives und ich werde mir jetzt irgendwie Infusion geben dass ich wieder ein bisschen schnauf kriege und dann werde ich die Platte losen und wünsche ich jetzt wenn ihr das vor dem Weekend hört wunderschönes Wochenende und sonst gute Zeit nächsten Freitag wieder ganz normale Folge mit Gast und zwar toller Gast aber ich sage jetzt noch nicht wer ok es ist der Kilian Siegler also bis dann macht macht es gut bye bye bye